إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سورة عباسة Er blickte düster بسم الله الرحمن الرحيم Im Namen Allahs des Al-Abamas Des Barmherzigen عباسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكرو فتنفعه الذكرا Er blickte düster und kehrte sich ab Damit ist der Gesandte Allahs salallahu alayhi wa sallam gemeint dass er düster blickte und sich abkehrte Warum? Weil der Blinde zu ihm kam. Was lässt dich wissen? Vielleicht läutet er sich. Oder bedenkt, sodass ihm die Ermahnung nützt. Was nun jemanden angeht, der sich für unbedürftig hält, so widmest du dich ihm, obgleich es dich nicht zu kümmern hat, dass er sich nicht läutern will. Was aber jemanden angeht, der zu dir geeilt kommt und dabei gottesfürchtig ist, von dem lässt du dich ablenken? Keineswegs. Gewiss, es ist eine Erinnerung. Der Koran, diese Botschaft, ist eine Erinnerung. Wer nun will, gedenkt seiner. Dieser ganze Vorfall, der hier geschildert wird, der ist folgender. Es gab einen Sahabi, einen Gefährten des Gesandten Allahs, Abdullah ibn Umm Maktoum, der blind war, der nicht sehen konnte. Und der kam also einmal zum Gesandten Allahs, und der konnte halt nun mal nicht sehen und sprach den Gesandten direkt an. Und der Gesandte Allahs, war zu dieser Zeit damit beschäftigt, mit einigen Führern aus den Stämmen der Quraysh zu sprechen, hoffend natürlich darauf, dass sie den Islam annehmen würden. Und ihr Islam annehmen hätte dann wirklich bedeutet, dass auch deren Folger den Islam angenommen hätten. Das wäre also ein großer Erfolg gewesen für das Weiterkommen des Islams. Das lag dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, für den Islam sehr am Herzen. Und dieser blinde Sahabi, Abdullah ibn Umm Maktoum, er sprach den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, direkt an und sagte, Ja, Rasulullah, lehre mich von dem Wissen, was Allah dir gelehrt hat. Und der Gesandte reagierte auf eine Art und Weise, wie sie hier beschrieben wird, weil es ihm in dem Moment schwer fiel, sich von dem Gespräch abzuwenden, das er für sehr wichtig hielt, mit diesen Führern aus dem Quraysh, obwohl diese nicht besonders interessiert waren an der Lehre, die der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ihnen mitteilte. Dieser andere Sahabi hingegen sehr darauf bestrebt war, von der Lehre Allahs zu hören, zu lernen, sich zu reinigen, sich zu läutern. Und genau das wird also hier angesprochen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, blickte also nicht freundlich. Das war das, was hier in dieser Ayah beschrieben wird. Er blickte düster und kehrte sich ab. Und wir wissen, der Qur'an selber bezeugt, dass unser Gesandte, sallallahu alaihi wa sallam, auf einen großartigen Charakter ist. Und das hier ist wirklich eine, für uns eine fast verschwindend kleine Kleinigkeit, die passiert ist, dass er halt nicht freundlich blickte. Ich meine, der blinde Sahabi hat das ja noch nicht mal gesehen. Aber selbst das wird hier im Qur'an aufgeführt. Und der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, darauf hingewiesen, dass wenn jemand kommt und der es bestrebt und wissensbegierig und er möchte gerne lernen und er möchte sich ändern durch diese Lehre, er möchte sich läutern, dann sollte man ihm sich auch widmen. Für uns alle ist hierin auch eine große Lehre. Erstmal ist diese ganze Ereignis, diese Schilderung des Ereignisses, ein großer Beweis dafür, für die Wahrhaftigkeit des Qur'an, dass er wirklich und wahrhaftig von Allah ist. Denn diese Ayat gehen ja quasi gegen den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Sein Verhalten wird ja hier beschrieben, als dass es nicht so vollkommen war, wie erwartet von Allah, sallallahu alaihi wa sallam, von ihm, obwohl es natürlich eine Kleinigkeit ist. Es ist auch fern davon, eine Sünde zu sein. Der Gesandte Allah macht keine Sünden, sallallahu alaihi wa sallam. Und für uns alle, als die Folge des Gesandten, ist eine ganz, ganz große Lehre darin, nämlich, dass die Arbeit der Religion, Dienarbeit zu machen, machen zu dürfen, für diese Religion etwas machen zu dürfen, ist eine große, große Gnade, eine Auszeichnung von Allah. Und wenn der Mensch sich dafür nicht befähigt zeigt, sich nicht wert dafür zeigt, und wie ist man wert, für die Religion Allahs zu arbeiten? Vor allem Aufrichtigkeit, Charaktereigenschaften müssen da sein, Geduld, Standhaftigkeit müssen da sein, all diese Dinge müssen da sein, Wenn dieses alles nicht vorhanden ist, und man sich dafür nicht also fähig zeigt, für die Religion arbeiten zu können, dann kann auch sein, dass Allah diese Gnade, diese Auszeichnung wieder hinweg nimmt. Und zu Charakter, zu Achlaq, zu einem guten, sauberen, schönen Charakter gehört ist, dass man mit jedem größtmögliche Freundlichkeit und Zuwendung zeigt, der da kommt, um von der Religion zu lernen. Jeder, der kommt, um die Religion anzuhören, oder über die Religion sich etwas anzuhören, den willkommen zu heißen. Und zwar mit allen Mitteln, das heißt Gesten, Ausdruck im Gesicht, Worte, die man spricht, Zeit, die man widmet, mit allen möglichen Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Weil derjenige, der kommt, sagen wir mal, man ist an einer Schule, in einem Vortrag, man hat einen langen Tag hinter sich, derjenige, der dahin kommt, der weiß nicht, dass ihr müde seid, erschöpft seid, einen langen Tag hinter euch habt, dass ihr nachts vielleicht gebetet habt und deswegen jetzt ein wenig erschöpft seid, der weiß das alles nicht. Der hat ein Recht auf respektvolle, freundliche Behandlung. Und eine Einstellung muss natürlich dahinter stehen, dass man jeden für Wert befindet, befindet, dass dieser Mensch möchte die Religion lernen, dieser Mensch hat vielleicht noch nie was von der Religion gehört, ich muss jetzt mein bestes Benehmen zeigen, weil dieser Mensch ist vielleicht jemand, der mir unglaublich viel Belohnung einbringen wird, für den ich etwas tun kann. Hier, der Allah subhanahu wa ta'ala hat noch nicht mal für seinen Habib, für seinen Liebling, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dies erlassen. Und er sagt hier auch ganz deutlich, dass du weißt nicht, wer von der Ermahnung mehr Nutzen haben wird. All diese Führer, deren Islam natürlich ein großes Vorankommen im Islam gewesen wäre, all diese Führer werden die sich eher läutern, wird ihnen die Botschaft mehr nützen, oder diese ärmliche, mittellose, auch noch körperlich vielleicht nicht so starke Gefährte, der aber mit voller Hoffnung, mit voller Aufrichtigkeit zu dir kommt und Bereitschaft zeigt, für den Da'i bedeutet das also, alle gleichsam Wert befinden, respektieren, gleiche Bereitschaft, wenn nicht sogar größere Bereitschaft zeigen, den Dien zu lehren. Denn das ist eine Auszeichnung, das ist keine Belastung. Wer nun will, gedenkt seiner, also des Korans, er steht auf den Ehren gehaltenen Blättern, erhöhten und rein gehaltenen, durch die Hände von Entsandten. Das sind die Engel, Edlen, Frommen, Tod dem Menschen, wie undankbar er ist. Und das Wort, das hier für undankbar gebraucht ist, Uti lal-Insanuma Akfaroh, Akfaroh, ihr merkt schon, das Wort Kuffer steckt auch da drin, deswegen kann es auch heißen, wie ungläubig ist er. Und das ist auch interessant, dass Undankbarkeit und Ungläubigkeit ein und dasselbe Wort ist, Wort sein kann. Woraus hat er ihn erschaffen? Also wie undankbar kann der Mensch denn sein? Gedenkt er nicht, woraus Allah ihn erschaffen hat? Aus einem Samentropfen hat er ihn erschaffen und ihm dabei sein Maß festgesetzt. Den Weg hierauf macht er ihm leicht. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Schaut mal, die Tatsache, dass der Mensch begraben wird, ist auch eine Gnade von Allah, dass die Leichen der Menschen nicht an der Oberfläche der Erde bleiben, wenn die Erde zum Beispiel selber nicht diese Eigenschaft hätte, dass der Körper darin verwesen kann. Und die Menschen einfach niemals drauf gekommen wären, dass man mit Leichen also so auch umgehen kann. Dann würden sie auf der Oberfläche der Erde liegen, vielleicht auch nie verwesen. Allah hätte das so machen können, aber es ist auch eine Gnade, auch eine würdevolle Art und Weise, mit einem Menschen oder dem Leichnam eines Menschen umzugehen. Hierauf lässt er ihn sterben und bringt ihn dann ins Grab. Hierauf, wenn er will, lässt er ihn auferstehen. Keineswegs, er hat noch nicht ausgeführt, was er ihm befohlen hat. So schaue der Mensch doch auf seine Nahrung. Wir gießen ihr Güsse von Wasser, hierauf spalten wir die Erde in Spalten auf und lassen dann auf ihr Korn wachsen und Rebstöcke und Grünzeug und Ölbäume und Palmen und Gärten mit dicken Bäumen und Früchte und Futter als Niesbrauch für euch und für euer Vieh. Wenn dann der betäubende Schrei kommt, am Tag, da der Mensch flieht vor seinem Bruder und seiner Mutter und seinem Vater und seiner Gefährtin und seinen Söhnen, jedermann von ihnen wird an jenem Tag eine Angelegenheit haben, die ihn beschäftigt. Also jeder wird genug eigene Sorgen haben und er wird nicht die Möglichkeit, nicht die Kraft haben, sich auch noch um die Sorgen anderer zu kümmern. Jeder wird alleine vor Allah erscheinen müssen oder einzeln vor Allah erscheinen müssen. Wie wird es dann den Menschen ergehen? Die einen Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen, lachen und sich freuen. Und das ist auch wichtig. Der Gesandte Allah s.a.w. pflegte meistens zu lächeln. Das war sein Normalzustand. Das war sein Normalzustand, dass er oft und häufig lächelte. Deswegen sagen ja manche, lächeln ist Zunna oder wenigstens nicht böse oder sogar zornig gucken, dass das der Normalzustand ist. Das sollte nicht sein. Und Menschen, die in diesem Leben nicht wissen, wie man in allen Umständen auch relativ freundlich bleibt. Natürlich sind wir auch Menschen. In traurigen Momenten können wir nicht lächeln. Das wirkt dann auch aufgesetzt und künstlich. Das sollen wir natürlich auch nicht machen. Aber dass man trotzdem ein positiver Mensch ist. Ein dankbarer Mensch ist. Ruhe findet in dem Gedenken Allahs. Das sind alles positive Dinge, die wir erstreben sollten. Und wenn man hier lächeln kann, dankbar ist, ein positiver Mensch ist, weil man das Gute sieht, was Allah einem alles gegeben hat, dann wird man mit Allahs Erlaubnis auch an jenem Tag lachen, sich freuen, Gesichter werden an jenem Tag erstrahlen. Und auf den anderen Gesichtern wird an jenem Tag Staub sein. Das sind die, die nicht rechtschaffen waren. Und sie werden von Dunkelheit bedeckt sein. Das sind die Ungläubigen und Sittenlosen. Fajara sind die Sündhaften, die Übertreter, die Sünden gemacht haben, ohne sich zu kümmern, ob sie gerade die Grenze Allahs übertreten oder nicht, ihre Neigungen gefolgt sind, keine Grenzen kannten, mit anderen Worten auch hier schon in Dunkelheiten lebten, dementsprechend werden sie an jenem Tag auch von Dunkelheit bedeckt sein. Allah möge uns davor bewahren. Surah At-Takwir, das Umschlingen, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. In dieser Surah wird es auch wieder um den Tag der Auferstehung gehen, wenn die Sonne umschlungen wird, und wenn die Sterne verstreut werden, und wenn die Berge versetzt werden, und wenn die trächtigen Kamelstuten vernachlässigt werden, und wenn die wilden Tiere versammelt werden, und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden, und wenn die Seelen gepaart werden, also die Seele wieder in den Körper zurückkehrt, das ist dann die Auferstehung, und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde, und wenn die Blätter aufgeschlagen werden, und wenn der Himmel abgezogen wird, und wenn die Hölle angefacht wird, und wenn der Paradiesgarten nah herangebracht wird, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorgebracht hat. Ihr seht in den allen Zonen immer wieder dieselbe Botschaft, ihr werdet dem wieder begegnen, was ihr an Taten vorausgeschickt habt, deswegen achtet darauf, was ihr vorausschickt. Nein, ich schwöre bei den sich Verbergenden, damit sind die Himmelskörper gemeint, den Dahinziehenden und sich Wiederzeigenden, und bei der Nacht, wenn sie anbricht, und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft, dies sind wahrlich die Worte eines edlen Gesandten. Damit ist auch Jibril a.s. gemeint, der ja die Botschaft von Allah zum Gesandten, Allah s.a.w. überbracht hat. Wie ist dieser edle Gesandte, Besitzer von Kraft und beim Herrn des Thrones in Ansehen, dem man dort gehorcht und der vertrauenswürdig ist, und euer Gefährte, also Muhammad s.a.w. a.s.w. ist kein Besessener. Also alles, was mit diesem Buch zu tun hat, mit dem Koran, ist edel, ist vertrauenswürdig, Besitzer von Kraft, beim Herrn des Thrones in Ansehen. Also alles, was mit dem Koran zu tun hat, ist edel und kraftvoll und nein, euer Gefährte ist kein Besessener. Also was ist dann auch unser eigenes Wohl und wo liegt auch unser eigener Weg zum Edelwerden im Folgen dieses Buches. Nein, euer Gefährte ist kein Besessener. Er hat ihn ja, also Jibril, am deutlichen Gesichtskreis gesehen. Er hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Muhammad s.a.w. hat Jibril in seiner wahren Gestalt hat er gesehen und wahrgenommen und er hält nicht aus Geiz das Verborgene zurück. Also das, was ihm offenbart wird, er hält nichts davon zurück. Er verfälscht nichts. Er gibt keine halben Informationen. Alles, was offenbart wird, wird euch weitergegeben. Und es sind nicht die Worte eines gesteinigten Satans. Das sind alles Vorwürfe gewesen, die die Araber, die Feinde des Islams hervorbrachten. Er wäre besessen. Er würde ja von einem Schaitan besessen sein. Etc. Etc. Allem wird hier also geantwortet. Die Frage, die der Mensch sich aber eigentlich stellen sollte, ist, wo geht ihr denn hin? Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Also wo ist euer Lebensziel? Wohin denkt ihr, geht die Reise? Meint ihr etwa, ihr würdet sterben und da nicht auferweckt werden? Meint ihr, ihr könnt handeln und tun, wie ihr wollt und man wird euch nicht zur Rechenschaft ziehen? Wo geht ihr hin? Was ist euer Lebenssinn? Wohin geht eure Reise? Wofür bemüht ihr euch? Wofür arbeitet ihr? Das ist eine lebenswichtige Frage. Jeder Mensch muss sich diese Frage stellen und er muss schnellstmöglich dafür eine gute Antwort finden. Denn das Leben, wenn es einmal vorbei ist, kommt es nicht wieder. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner, für jemanden von euch, der sich recht verhalten will und ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will. Er, der Herr der Weltenbewohner. Denn er bestimmt, was in seiner Herrschaft passiert und was er nicht erlaubt zu passieren, wird auch nicht passieren. Deswegen, wenn wir Rechtleitung wollen, müssen wir Allah bitten, dass wie wir mehrmals am Tag in Surah Al-Fatihah Allah bitten, dass er uns bitte den rechten Weg leiten möge. Denn wir können nicht wollen, nochmal, ihr könnt nicht wollen, außer dass Allah will, der Herr der Weltenbewohner. Suratul Infitar, das Zerbrechen, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Ida as Sama'un fetarat wa ida al-Kawakibun tetherat wa ida al-Biharu fujjerat wa ida al-Qubur bu'uthirat alimat nafsum ma quddamat wa akharat Wenn der Himmel zerbricht und wenn die Sterne sich zerstreuen und wenn die Meere gesprengt werden und wenn die Gräber durchwühlt werden, wird eine jede Seele erfahren, was sie vorausgeschickt und zurückgestellt hat. Schon wieder dieselbe Botschaft, was ihr tut, diesen Taten werdet ihr begegnen. Und zwar an einem solchen Tag, wo das gesamte Bild der Schöpfung sich verändern wird. Alles wird dahingehend, zerstreut werden, gesprengt werden, was in der Erde ist, an Gräbern, an Begrabenen, an Minen, an Inhalten, was alles in der Erde verborgen ist, wird alles herauskommen und eine jede Seele wird wissen und erfahren, was sie eigentlich so getan hat. O Mensch, was hat dich hinsichtlich deines edelmütigen Herrn getäuscht, der dich erschaffen und dabei zurechtgeformt und wohlgebildet gemacht hat und dich, in welcher Gestalt er wollte, zusammengefügt hat. Deswegen niemals unzufrieden sein über die Form der Nase, über das Abstehen der Ohren oder sonst irgendein in unserer Wahrnehmung, leider in unserer sehr oberflächlichen Wahrnehmung, kleinen Problems, was wir als Problem bezeichnen. Das war Allahs Entschluss für uns und schon gar nicht auch über das Aussehen, die Gestalt eines anderen. Lachen oder Lächeln oder auch nur die Augen verdrehen darüber, wie jemand aussieht. Das sind Allahs Entscheidungen, wie er etwas erschafft und er hat alles wohlgeformt und auf die beste Art und Weise erschaffen. Das sind Allahs Befehle, die wir hier auf der Erde herumlaufen sehen, in Gestalt seiner Schöpfung und er steht uns nicht zu, über Allahs Schöpfung ein Urteil zu geben. Und dich, in welcher Gestalt er wollte, zusammengefügt hat, keineswegs. Vielmehr erklärt ihr das Gericht für Lüge. Das ist das eigentliche Problem des Menschen. Deswegen handelt er und nicht Rechtschaffen. Deswegen kann er sich nicht zurückhalten. Er erklärt das Gericht für Lüge. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, Edle, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Das sind die Schreiberengel, die immer mit uns sind. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein und die Sittenlosen, die Sündhaften, die Übertreter, werden wahrlich in einem Höllenbrand sein, dem sie am Tag des Gerichts ausgesetzt werden und dem sie nicht abwesend sein werden. Also sie können da nicht weggehen, es gibt kein Entfliehen, kein Verstecken davor. Und was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist, abermals, was lässt dich wissen, was der Tag des Gerichts ist. Wenn Allah immer wieder so fragt, dann wirklich das Herz erzittert, was ist der Tag des Gerichts, am Tag, da keine Seele für eine andere Seele etwas auszurichten vermag und der Befehl wird an jenem Tag Allah alleine zustehen. Das kennen wir auch sogar schon im Diesseits und im Diesseits gibt es keine vergleichbare Not wie die Not des Tages der Auferstehung. Aber nichtsdestotrotz, wie oft passiert es auch, dass viele Menschen um dich herum sind, die eigene Familie ist da, die Kinder, die Verwandten, die Freunde sind sogar vielleicht da, aber du selber bist in einer solchen Not gefangen, in einer solchen Trauer, die nun mal keiner hinwegnehmen kann. Keiner kann kommen und sagen, ich nehme hiermit die Trauer aus deinem Herzen hinweg oder die Sorge aus deinem Kopf. Die ist trotzdem noch da. Keiner kann dir wirklich helfen. Für den Tag der Auferstehung gibt es keine Vergleiche in dem Sinn. Aber wir können das uns vielleicht ungefähr versuchen vorzustellen, wie das wohl sein wird, wenn alle Menschen, sogar die vor dir schon lange gestorben sind, alle werden ja dort versammelt sein, aber letztendlich wird keiner jemand anderen helfen können, außer für wen Allah natürlich es erlaubt. Der Befehl wird ganz und gar nur einzig und allein bei Allah, dem Herrscher sein. Surah Al-Mutaffiffin Die das Maß Kürzenden Bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen Wehe, den das Maß Kürzenden Wie sind diese? Was machen sie denn? Die, wenn sie sich vor den Menschen zumessen lassen, sich volles Maß geben lassen, wenn sie ihnen aber zumessen oder wegen, Verlust zufügen. Also Menschen, die zweierlei Maß quasi haben, wenn es um, und das kann jetzt hier für Gewicht, für Maß und auch für jedes andere Recht sein, dass man jemanden geben oder halt von jemandem bekommen kann. Wenn es um sie selber geht, ihre eigenen Rechte, was für sie abgewogen, was für sie zugemessen wird, dann wollen sie volles Recht haben. Ich kann nicht auf mein Recht verzichten, ich fühle mich beleidigt und verletzt, wenn man mir mein Recht nimmt. Für sich wollen sie das volle Maß. Wenn sie aber anderen ihr Recht geben sollen, Gewicht messen sollen, etwas zumessen, zuschneidern sollen, was machen sie dann? Sie kürzen das Maß, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, um mehr Geld zu machen, um weniger Mühen zu haben, was auch immer. Mit zweierlei Maß zu messen, für sich volles, für andere gekürztes Maß zu berechnen, das ist, was Allah hier verurteilt und er droht diesen Menschen und sagt ihnen, wehe den Muttaffifien, die auf solche Art und Weise mit anderen Menschen umgehen. Wehe ihnen. Wehe ist eine Art von Drohung für diese Menschen. In einem Hadith heißt es auch, wehe ist ein Tal in der Hölle, wo etwas hineingeworfen wird und 40 Jahre lang fällt, so tiefes Tal in der Hölle. So oder so, wehe kann auch eine Drohung auch einfach sein, wehe den das Maß kürzenden. Glauben jene nicht, dass sie auferweckt werden? Also glauben wirklich Menschen, dass sie machen und tun können, was sie wollen, für sich selber hochsensibel und für andere umso unsensibler sein können und Allah wird sie deswegen nicht zur Rechenschaft ziehen? Dass das, was sie vorausschicken, nicht auf sie zurückkommen wird? Zu einem gewaltigen Tag? Am Tag, da die Menschen sich um das Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden? Keineswegs. Das Buch der Sittenlosen ist wahrlich in Sijin. Und was lässt dich wissen, was Sijin ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, wehe an jenem Tag den Leugnern, die den Tag des Gerichts für Lüge erklären. Also wir wissen, dass ein Tatenregister für die Schlechten, für die Verwerflichen, für die Übertreter, die Sündhaften und Sittenlosen gibt, dieses Tatenregister wird Sijin genannt. Wo alles aufgeführt wird, jede einzelne Tat, die jemand gemacht hat, jede einzelne Übertretung, ein Buch mit festen Eintragungen, wehe an jenem Tag den Leugnern, die den Tag des Gerichts für Lüge erklären und nur derjenige erklärt ihn für Lüge, der Übertretungen begeht und ein Sünder ist. Allah, möge uns vor all diesen Dingen bewahren, dass wir Übertretungen begehen, sündhafte Menschen sind und dementsprechend den Tag des Gerichts für Lüge erklären. Allah, bewahre uns vor all diesen verwerflichen Taten. Wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, sagt er, das sind Fabeln der Früheren. Keineswegs. Vielmehr hat sich das, was sie zu erwerben pflegten, über ihren Herzen angesetzt. Sie haben Rost. Sie haben eine Schicht aus Sündhaftigkeiten auf ihren Herzen, welche sie die Wahrheit nicht mehr wahrnehmen lässt. Das ist eine große Aussage hier, die Allah uns berichtet. Der Mensch ist hier eigentlich auf Fitra erschaffen, also auf einem Urzustand von Islam. Er neigt zu Allah, er neigt zur Wahrheit. Wenn ihm die Wahrheit gegeben wird, sieht er sie sofort. Er ist auf diesem urreinen Zustand erschaffen. Aber der Mensch wird dann dementsprechend erzogen. Wir wissen aus Hadithen, seine Eltern machen ihn dann zu einem Juden, Christen, Sabir oder einem Muschrik dementsprechend, wo er aufgewachsen ist. Und der Mensch verliert oder verunstaltet und verformt seine eigene Fitra. Und was passiert noch? Auf seinem Herzen legen sich mit der Zeit die Punkte ab, die aus Sünden bestehen. Ein Punkt nach dem anderen, ein Punkt nach dem anderen, eine Schicht über der anderen, bis das ganze Herz komplett von einer schwärzlichen, dunklen Schicht von Sündhaftigkeit überzogen ist, welches ihn dann die Wahrheit überhaupt nicht mehr sehen lassen, wenn sie vor ihm ist. Wenn ihr euch zum Beispiel einen Spiegel vorstellt, der schon so verschleiert ist und schon so das Glas schon so verschmutzt ist, dass man das, was es eigentlich spiegeln soll, gar nicht mehr erkennen kann. Dass man das gar nicht mehr erkennen kann. Und wenn etwas erkannt wird, dann eine sehr verzerrte Wahrnehmung, eine sehr verzerrte Sicht von dem, wie es eigentlich ist. Und deswegen, was soll der Gläubige vor allem tun? Er soll Allah viel, so viel er kann um Vergebung bitten, um Reinigung seines Herzens bitten, damit wenn die Wahrheit vor ihm erscheint, er in der Lage ist, diese Wahrheit überhaupt zu erkennen, damit der Iman Platz hat im Herzen, und nicht wegen der ganzen Sündhaftigkeit aus dem Herzen gedrängt wird. Reine Herzen, saubere Herzen, vom Rost und Sündhaftigkeiten befreite Herzen, das sind die Herzen, die, wenn wir zu Allah zurückkehren, uns überhaupt nützen werden. Ihre Herzen haben also diesen Rost angesetzt, keineswegs, sie werden von ihrem Herrn an jenem Tag bestimmt abgeschirmt sein. Das wird ihre Strafe sein, die hier nicht zu Allah wollten, die hier eher zu Sünden neigten, als zu der Aussage Allahs und zu der Liebe Allahs neigten. Wie wird es ihnen am Tag der Auferstehung im Jenseits ergehen? Sie werden von Allahs Sicht abgeschirmt sein. Sie werden sie nicht genießen dürfen. Wir wissen, das ist die größte Gnade für die Gläubigen, dass wenn sie im Paradies sind, aus Hadithen erfahren wir auch, wenn sie ins Paradies eingegangen sind und sie alles bekommen haben, was man nur bekommen kann, und ihnen selber nicht mehr einfallen wird, was sie noch von Allah verlangen sollen, dann wird Allah sich ihnen zeigen und das wird größer und herrlicher und wunderbarer sein als alles andere, was sie bekommen haben und sie werden, der Gläubige, der weiß, dass dies ihn eigentlich erwarten könnte, der kann sich dann mit auch nichts anderem mehr, geringerem als dies, zufrieden geben. Er will hoch hinaus dieses hohe Ziel erreichen und dem entsprechende Handlungen und Taten tut er dann auch. Aber die Sündhaften, die Ungläubigen, die gar nicht danach strebten, Allah zu begegnen, denen wird das dann auch nicht gewährt werden. Hierauf werden sie bestimmt dem Höllenbrand ausgesetzt sein, hierauf wird gesagt werden, das ist das, was ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Keineswegs, das Buch der Frommen, Allah möge uns zu ihnen gehören lassen, ist wahrlich in Illiyun und was lässt dich wissen, was Illiyun ist? Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, nichts geht verloren, die kleinste gute Tat, jemand mit einem Lächeln zu begegnen, jemand ein bisschen was abzugeben, was man selber vielleicht gar nicht vermissen würde, aber man gibt es einfach ab, um was Gutes zu tun. Jede Kleinigkeit an guten Taten steht in den Tatenregistern der Frommen. Es ist ein Buch mit festen Eintragungen, in das die Allah nahe Gestellten Einsicht nehmen. Das wird also inspiziert und beaufsichtigt von den Engeln, die Allah nahe gestellt sind. Und wir wissen auch, die gute, rechtschaffende Seele, nach dem Tod, darf sie auch dort Einsicht nehmen und wird dann zurück in ihr Grab eskortiert von den Engeln. In authentischen Hadisen wird uns das überliefert. Die Frommen werden wahrlich in Wonne sein, auf überdachten Liegen gelehnt und blicken um sich. Du erkennst in ihren Gesichtern das Strahlen der Wonne. Allahu Akbar. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. Und wir wissen auch, in Diesseits schon, sind besonders wertvolle Getränke auch versiegelt. Da steht ja auch manchmal drauf, wenn das Siegel gebrochen ist, können sie die Ware zurückgeben, weil das ein Reinheitszeichen ist, eine Reinheitssicherung auch ist, dass keine Verunreinigung da reinkommen kann. Ihnen wird von versiegeltem Nektar zu trinken gegeben. Also ein reines Getränk wird Ihnen zu trinken gegeben, dessen Siegel Moschus ist. Allahu Akbar. Also wohlriechender Moschus. Und darum sollen die Wettbewerber wettkämpfen. Darum sollen diejenigen, die sich bemühen, sich anstrengen, weiter hinaus wollen als andere, mehr tun wollen als andere, höher hinaus gelangen als andere, wenn man schon Wettbewerbe führen will, dann soll man doch darum führen, worum es sich wirklich lohnt. Und nicht in Kleinigkeiten, dass die und die hat das Kleid, das muss ich jetzt auch unbedingt haben, der und der hat so ein großes Haus, ich werde dich ruhen, bis ich auch so ein großes Haus habe. Das sind Kleinigkeiten, die vergänglich sind. Die werden uns verlassen, bevor wir sie überhaupt wirklich voll und ganz genossen haben. Die, die wirklich sich bemühen wollen, sollen sich um das Jenseits bemühen, um diese Dinge bemühen. Und dann wird das Getränk, die Feinheiten des Getränkes werden weiter beschrieben und dessen Beimischung Tessnim ist. Tessnim ist wörtlich eine hohe Stätte, damit ist aber eine Quelle gemeint, die an der höchsten Stelle im Paradies liegt und dort entspringt. Eine Quelle des Paradieses. Aus einer Quelle, aus der die Allah nahe Gestellten trinken. Allah möge uns zu ihnen gehören lassen. Gewiss, diejenigen, die Übeltaten begingen, pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Und wenn sie an ihnen vorbeikamen, einander zuzuzwinkern, also sie pflegten über sie zu lachen und sich lustig zu machen und auf welche Art und Weise taten sie das, zum Beispiel, indem sie einander Augenzeichen machten und sich zuzwinkerten. Das hast du denen gesehen? Seht ihr, wie die aussehen? Seht ihr, wie viel die für ihre Religion opfern? Bei so einem Wetter sich voll und ganz bekleiden? Sich anziehen wie im Mittelalter? Ja, und ihr könnt alle eure eigenen Beispiele einsetzen, was ihr schon alles gehört habt, wegen der Religion an Schmähungen erlitten habt. All dies ist bei Allah aufgeführt. All dies ist bei Allah aufgeführt. Allah beschreibt deren Taten. Die begingen Übeltaten. Sie pflegten über diejenigen zu lachen, die glauben. Wenn sie an ihnen vorbeikamen, aneinander zuzuzwinkern und wenn sie zu ihren Angehörigen zurückkehrten, kehrten sie zurück, indem sie es sich wohl sein ließen. Also jubelnd und lachend und sich eine gute Zeit machten, indem sie nämlich was taten. Schaut mal, was sind das auch für Menschen, die daran Genuss finden, über andere zu lachen. Die Gläubigen werden im ganzen Koran nicht einmal so beschrieben, dass sie hier im Diesseits über andere Menschen sich belustigen. Man hat Mitleid, man hat Wohlwollen, man kann auch zürnen über jemanden, aber sich lustig machen. Wo ist da die Menschlichkeit, wenn man sich erlaubt, über eine Schöpfung von Allah sich lustig zu machen? Und das auch noch wegen der Religion, weil jemand für die Religion zum Beispiel opfert oder etwas tut, was dir vielleicht in dem Moment als nicht sinnvoll erscheint. Ja, aber ist denn der Maßstab von dir oder von jemandem, der sich erlaubt, sich lustig zu machen, ist das der Maßstab, der für alle gelten muss? Also wie hochmütig muss ein Mensch sein und wie kindisch auch noch geblieben, um sich über andere Menschen lustig zu machen, Genuss auch noch daran zu finden, zu verhöhnen, zu lachen, Augenzeichen zu machen, wie Kinder eigentlich machen, sich zu zwinkern und Augen zu verdrehen. Dass Allah das alles hier beschreibt, das ist eine Kühle der Herzen für die Gläubigen. Dass Allah hat das gesehen. Allah hat gesehen, was sie machen, nur weil du gläubig bist. Die kennen dich gar nicht, aber nur weil du mit Hijab rausgehst oder weil du betest auf eine bestimmte Art und Weise oder weil du dich bestimmter Freizeitaktivitäten enthältst, die völlig normal sind, die Gang und Gebe sind für anderen und du als Einziger sagst, nein, das geht mir zu weit, ich kann das nicht machen. Dass man sich deswegen über dich belustigt, dass man dich deswegen erniedrigt, Allah hat das gesehen und Allah wird sie dementsprechend behandeln. Es sei denn natürlich für den, der das einsieht und bereut. Und wenn sie sie sahen, sagten sie, diese gehen fürwahr in die Irre. Also sie gaben auch überall ihren Kommentar und ihren, auf gut Deutsch, ihren Senf dazu. Dabei waren sie doch nicht als Hüter über sie gesandt worden. Also wer hat ihnen denn diesen Auftrag gegeben, dass sie ein Urteil fällen sollen über andere Menschen? Sind sie als Hüter über andere Menschen entsandt worden? Nein, sind sie nicht. Aber das ist auch eine Urkrankheit der Menschen, dass sie immer über alles ein Urteil fällen müssen und ihren Spruch dazu sagen müssen, also ich halte das für das und das und ich halte dies für das und das. Obwohl kein Mensch ihre Meinung eigentlich wissen will, dabei macht man sich nur schuldig, dabei macht man nur Fehler. Wirklich das Wohlergehen des Menschen liegt darin, seine Zunge zu kontrollieren und über Dinge zu sprechen, über die er etwas zu sagen hat, über die er urteilen kann, über die seine Meinung auch überhaupt gefragt ist, wo seine Aussage auch einen Nutzen hat. Wir sehen, wie Allah ihre Urteilsfreudigkeit hier verurteilt. Allah kann nämlich urteilen und Allah sagt, diesen wird es schlecht ergehen. Zur Zeit des Gesandten, pflegten die Beduinen, die manchmal in die Stadt kamen, von außen, pflegten manchmal zu lachen, die Munafirin taten, auch solche Dinge und die Ungläubigen ja sowieso. In Medina gab es zur Zeit des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, bestimmte Menschen, die wurden Ashabus Sufa genannt, die kamen von weit her, blieben in Medina, blieben in der Moschee, weil sie keine eigene Wohnung, kein eigenes Dach über den Kopf hatten und sie kamen mit diesem Anliegen, dass sie beim Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, bleiben wollten, um die Religion zu lernen und sie hatten ihre Heimat, ihre Geschäfte, ihre Lebenseinkommensmöglichkeiten, was auch immer sie hatten, alles natürlich zurückgelassen und geopfert, um beim Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, bleiben zu können. Aus diesen Reihen sind dann später die größten Hadith-Überlieferer und auch Gelehrten natürlich entstanden und Führer ihrer eigenen Gemeinschaften, als sie dann zurückgingen. Aber in dieser bestimmten schwierigen Zeit ging es ihnen natürlich dann auch manchmal sehr, sehr schwer. Medina selber war auch nicht gerade in den Anfangszeiten in der Lage, diese Menschen voll und ganz zu verpflegen und manchmal kam es dann halt dazu, dass diese Menschen hungern mussten auch mal und einmal passierte es, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, das wird in einem Sahih-Hadith überliefert bei Ibn Hibban aufgeführt, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, im Gebet stand und hinter ihm standen einige von diesen Ashab-us-Sufa, einige Sahabi, einige Gefährten und sie fielen in Unmacht, sie fielen um aus Hunger. So schlimm war es also auch mal zu einer Zeit. Später ging es diesen Menschen allen sehr, sehr gut. Wir haben zum Beispiel Abu Huraira, der später eine Hohestellung innerhalb der Regierung inne hatte und auch viel dementsprechend Wohlstand natürlich hatte, aber zu dieser Zeit war es halt eine Zeit des Opferns, eine Zeit des Aushaltens und einige Beduinen von außerhalb der Stadt kamen vorbei, sahen das und sagten, guckt mal, die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, sind Verrückte. Also die sind doch verrückt, warum haben die alles gelassen? Ja, so wie wir das auch kennen, wie kann das sein? Warum verzichtest du auf Zinsen? Das sind doch tolles Geld, damit kannst du doch das und das machen. Warum trinkt ihr nicht mal ein bisschen? Dann würdet ihr doch lockerer werden. Warum läufst du in der Hitze mit Hijab rum? Und warum und warum und warum? Menschen verstehen nicht, dass jemand opfern kann für etwas, was man nicht unmittelbar an materiellem Wert zurückbekommt. So schlimm ist es leider mit den Menschen gekommen. Genauso wurde früher also auch über dieses Opfern für die Religion gelacht. Als der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, mit dem Gebet fertig war, drehte er sich um und sagte diese wunderschöne Aussage. Er sagte zu den Ashaben Sufa, dass wenn ihr wüsstet, was bei Allah für euch vorbereitet ist, dann würdet ihr es lieben, also ihr würdet euch wünschen, dass in eurer Bedürftigkeit und Hunger noch gemäht würde. Weil ihr wüsstet nämlich, dass es nicht umsonst ist, sondern dass ihr dafür bei Allah wunderbare, unermessliche Dinge wiederfinden werdet, die Allah für euch, besonders für euch vorbereitet hat. Das Opfern des Gläubigen geht eben nicht verloren. Das verstehen aber die Ungläubigen nicht, sie glauben ja nicht an den Tag der Auferstehung und lassen sich dann auf dieses Niveau herab, über andere Menschen zu lachen, sich zuzuzwinkern und zu sagen, das sind doch Irregehende, die sind doch verrückt. Was wird aber am Tag der Auferstehung im Jenseits, wird das umgedreht werden? Wie wird es dann sein? Heute aber lachen diejenigen, die glauben, über die Ungläubigen. Auf Überdachten liegen gelehnt und blicken um sich. Sind die Ungläubigen nicht doch belohnt worden für das, was sie zu tun pflegten? Ja doch, preis sei dir unser Herr, deine Versprechen sind wahr. Und wie wird es an jedem Tag auch sein, dass gerade die, die sich im Opfern, im Bemühen für den Dien wirklich selber aufgelöst haben und nicht nur den Dien nach Annehmlichkeiten gelebt haben, dass gerade diese besonders von Allah belohnt werden. Und das ist eine große Wahrheit, dass jedes Projekt und warum sollte das in der Religion anders sein, jedes Projekt von einem Hausbau bis hin zu irgendeinem Arbeitsprojekt, es muss immer irgendwelche Leute geben, ein paar wenigstens, die bereit sind, alles dafür zu geben. Sonst wird keine große und wichtige Arbeit auf dieser Welt möglich sein, durchzuführen. Es gibt solche manchen wenigen Menschen, die sich wirklich auflösen für eine Sache, um sie zu tragen, um sie weiterzubringen. Und wenn es diese wenigen Gesegneten nicht geben würde, in der Religion und in jeder anderen großen, wichtigen Arbeit, dann würde keine Arbeit dieser Welt weiterkommen. Wenn jeder nach dem Prinzip, ich handle nur nach meinen Annehmlichkeiten, handeln würde, dann würde nichts auf dieser Welt aufgebaut, weitergeführt, getragen werden. Da wäre der Dien auch nicht auf diese Art und Weise weitergekommen, wie er weitergegeben wurde, auf den Schultern derer nämlich, die bereit waren, auch alles dafür zu geben. Oder was haben die Leute, die bei der Schlacht von Badr mitgekämpft haben? Was haben diese getan? Was haben die Leute geleistet, die jahrelang manchmal mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, blieben und dafür Armut und auch Bedürftigkeit in Kauf nahmen, weil sie halt diese große, edle Lehre voll und ganz aufnehmen wollten und dann sie auch voll und ganz weitergaben. Wir zitieren diese Menschen heute noch, darunter zum Beispiel Abu Hurayra, radiallahu an. Und wir verstehen dieses Prinzip auch sehr gut, was die Arbeiten dieser Welt angeht. Wenn jemand seinem Forschungsprojekt wirklich seine ganze Zeit opfert und sogar vielleicht seine Verpflichtungen manchmal vernachlässigt, gegenüber Familie oder gegenüber Verdienst. Warum? Weil er im Namen der Forschung nun mal alles geben muss und dann auch wirklich ganz große Erkenntnisse der Menschheit dann zurückschenkt. Das ist dann in Ordnung, das verstehen wir. Was wir nicht verstehen, ist dann, wenn das jemand für die Religion tut. Dieses zweierlei Maß kennen wir Gläubigen nicht. Allah möge uns auch zu denen gehören lassen, die gerne bereit sind, etwas auszuhalten für das Weiterkommen des Guten und des Rechtschaffenen und des Wahrhaftigen, des Gerechten und der guten Lehre gerne auch bereit ist, etwas zu tun, mehr zu tun, als sogar vielleicht nötig ist, damit er mehr Belohnung von Allah dementsprechend auch bekommen kann. Untertitelung des ZDF, 2020